herzlich willkommen zu einer weiteren folge landwirtschaftssimulator 2015 fuck nein nur 15 egal lassen wir jetzt ja der feed ist dabei der nico ist dabei der daniel ist dabei der jetzt muss ich gucken boss hat den luker und daniel genau julian ist nicht dabei wenn er joint stürzt der server ab also ja tut mir die sind empfindlich die muss endlich unter gleichgesinnten hallo schweine sind schlau und spaß die schweine gehören zu den intelligenten tieren ja und du nicht frag dich mal warum alter timo fühlt sich gerade angegriffen muss er seine art genossen verteidigt hey nico ist mein bruder ne du hast dich gerade nico ne du hast dich gerade so mit selbst beleidigt oder fiete hat uns beleidigt ich bin ja ein mensch also fiete du bist eigentlich auch ein art genossen wenn du es so siehst ne du bist ein schwein aber sagt er war es ein schwein hihihi 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 ich hab nichts verstanden was wenn nico wenn deine mutter sagt dass dein bruder ein ferrk ist dann ist sie ja jetzt hier den aufsperren genau hihihi hihihi du bist doch nicht mehr ganz knussbar hihihi warte wo ist denn umschalt rechts hihihi hihihi du musst erst das gewicht abkupplen und dann sagen wenn es dann muss ich drücken kernio 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 Wir haben GTA Online für den PC. Frage? Nein. Wollt ihr Videos? Ja oder nein? Nein. Mir ist sowas von Latte. Ich spiel's so oder so mit den Jungs. Aber wenn ihr keine Videos wollt, ist mir egal. Mir und Nico. Wir sind die Bosse und nicht die Jungs. Die Brutalen, ne? Träumen weiter. Ja, die Brutalen sind wir, genau. Wenn ihr uns joinen wollt, ihr braucht erstmal ein Auto mit mattgrüner Farbe. Genau. Und schwarze Felgen. Oder wie heißen die? Anthrazit-Schwarz. Anthrazit, genau, Schwarz. Ja. Oder ihr kauft euch Alufell. Na, kommt der an unsere Crew rein. Der ist Die Brutalen. Ja, abgekürzt mit Dieb. Weil wir Diebe sind. Wow. Geil, ich kann die Schweine auskippen. Flipp, flopp, flopp. Fiete, steht bei dir noch die Ballenpresse? Fiete presst wieder irgendwelche Leichenteile in seine Ballen ein. Da kommt auf den Teamspeak-Server und sagt Luca oder mir Bescheid oder Timo. Was? Ne, ich nicht. Doch, spammt Timo vor. Aber wenn sie in die Kuh ruhen oder was? Ne, ich will meine Ruhe haben. Ich mag nicht. Ich bin nicht gerne mit der Neuen. Ich hasse Menschen. Genau so ist es. So, 60 Schweinchen habe ich weggebracht. Und mein Geld ist... Timo sitzt nachts immer in seinem Keller im Dunkeln. Kreucht in der Ecke und sagt, ich hasse Menschen. Wie viel ist denn ein Schwein wert? Mein Schatz! Wie viel ist denn ein Schwein wert? Dein Schwein? 400. Wollen wir einfach machen, wenn wir irgendwie tanken oder so, dass wir uns das aufschreiben und dann am Schluss der Folge einfach Timo sagen, dass wir wieder Aufnahme machen. Das ist ne gute Idee, lass das so machen. Weil dann nerv ich die Leute nicht mit dem raus. Genau, ja. Ey, stell dir mal vor, du spielst, ey, du guckst unsere Videos mitten in der Nacht, weißt du? Und dann, ja, okay, es ist gerade Nacht in L.S., mache ich den Bildschirm mal ein bisschen heller und dann tapp ich raus in diese weiße Liste, ne? Weil der stirbt einfach raus. Lass mal deine Augen paulen ab, ey. Bin schon wieder an meinem Hof vorbeigefahren. Nico, ich hab dir zehnmal gesagt, stell hier ein Straßenschild hin. Weißt du, ich möchte gern so ein Blinkschild, so, die, 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 Timo, dein Hof. So, das ist die ganze Zeit blinkt. Wollen wir mal einen Stift, wo wir hier. Welcome to the jungle oder sowas. So wie beim Hotel, die Shader, meine ich. Ja, einfach den Schild hin, betreten auf eigene Gefahr. Ah, fuck, scheiße. Ich hab jetzt 60 Schweine aus meinem Stall geholt. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind, wenn ich jetzt alle verkauft habe. Timo, du kannst, glaube ich nicht, oder? Ja, in den Anhänger geht sechs Schweine rein. 60, ja. Hab ich doch gesagt, oder? Denise, du Rattenkind. Denise? Hast du gerade Denise gehört? Ja. Ist das nicht? Was ist denn ein Rattenkind? Timo, wie viel krieg ich pro Liter Raps? Ist das nicht von, bei dir über... Heißt, du musst mir erst mal das aufstellen. Ich komme mir erst mal schnell ins Stift. 1,6. Okay, dann rechne mal bei mir 21 Tonnen. Fiete, du sollst das auf den Zettel aufschreiben. Hat Luca doch gerade vorgeschlagen. Nein, weil ich mir da diese... Nee, das ist mit Tanken. 90 Schweine habe ich noch drin. Bitte, du bist schon ein bisschen behindert, oder? Nimo, ich will ja diese Aufnahme was kaufen. Deswegen muss ich jetzt das Geld jetzt aufschreiben. Ich will nicht kaufen. Wie viel? 21 Tonnen. Krups. Bist du sicher? Fiete, 21? Ja, Tonnen. Also 21.000. Da stehst du jetzt auf dem Blatt. Fiete, ist ja kein. Okay, Fiete, du hast jetzt 84.000. Soll ich mal die Kontostände durchgeben? Ja. Fiete, 84.000. Nico? Das ist ja was Neues. 208.000. Wer ist der Kind? Dominik, Luca, 80.000. Markus? Ach, den kannst du eh schon vergessen. Was, die haben immer noch so viele. Nils? Den kannst du eh auch schon vergessen. 80.000. Milan, 19.000. Und der Timo, 208. Genauso viel wie Nico. Halt, Smau, das ist gar nichts. 208.000? Wie bist du auf 208.000 gekommen, Timo? Ich hab fast, äh, ich hab fast, ne, ne, ist so. Also ich habe... Er hat einen Bonus von 200.000 bekommen. Nein, alle Höfe haben einen Bonus von 5.000 bekommen. Hab ich ja schon erwähnt. Und ich habe 20.000 Liter Milch weggebracht, 60 Schweine. Und 66.000 Liter Mist. 8 A-Plus-Strohballen. Ähm, 9 Viete, Viete, Viete. H-Plus-Strohballen. Äh, Viete, hab ich gesagt, ob ich viel erzähle oder nicht? Die Arbeit und ich krieg kein Geld. 208.000. Tweet, Viete. Ich krieg einfach kein Geld. Welche Taktion mag nochmal, Dominik? Timo, wie viel Geld haben wir? Fend? Okay, muss ich schon, weil ich mir 9000 hat. Du hast gar nichts. Du hast 16.000. Timo, wenn du dich ärgern willst, dann kauf den Tee. Ich wundere mal bei Stimperl. Dann kauf mal den Lamborghini Nitro 120.000. Gut. Luca, oh nein Gott, seid mit. Oh nein. Ey, was ist hier los? Ey, Luca. Ja, blink. Luca, schieß. Ey. Was machst du denn? Das ist halt deine Versicherung, Freundchen. Hallo, ich will hier abladen. Kennt ihr das? Ihr spielt die ganze Zeit GTA mit der Landwirtschaft und wollt... Machst die Nils Ausrede, ne? Ich hab gelögt. Klappt gut, muss ich schon sagen. Ey, Junge. Mami. Lädt auf meinen Platz ab. Hau ab jetzt. Oder mit F einsteigen. Du kannst hier Schweine abladen? Die fallen durchs Gitter durch. Oder du willst, kannst die Sterne wegkriegen und leider irgendwie... Geht das nicht so ganz mit den Sternen, weil du... Ich hab die ganze Zeit einen Stern. Warte, er lebt... Dann legt den Stern weg, wenn du das hast. Ne, ich hab die ganze Zeit einen Stern bei LS. Wie, weil... Ey, was? Er meint, glaub ich, die Sonne, dieses... Ja, er versucht, witzig sein zu sein. Von Nicole Schlau und Nicole Schlau und er muss mal wieder zu inkompetent. Akrofite. Ich lasse aus, Mann. Loll, ich drück die ganze Zeit V und die Sicht ändert sich nicht. Und dann drück ich C und dann geht's. Ja, das haben wir laut gemacht. Inkompetent. Ich bin Fiete. Ich kann einschätzen, wer inkompetent ist und wer nicht. Gute Nachricht, wir kommen. Oh, mein Gott, wenn ich das meiner Mutter erzähle. Die rastet aus. Wo ist mein Anhänger? RAST DAUAUS! Pfff. Fiete? Fiete? Okay, ich wollte nur wissen, ob du anwesend bist. War das jetzt ein echter oder ein nachgemachter? Das hab ich gemacht. Hä, und warum hat sich... Dann hat Fiete ein Echo gehabt oder auch irgendwas gemacht? Nein, ich bin... Er flüstert. Er flüstert. Aber bitte geh weg! Geh weg, Mama, nein, nicht! Nein, Mama, bitte nicht da anfassen. Kapitent, inkompetent, du kleiner Bastard, du bist so inkompetent. Oh, Nico hat dich grad beleidigt. Scheiße. Maul, er hat mit dir geredet. Ja, Bastard. Überleg mal, Nico. Ja, Bastard, ich kann ja schlicht... Du kannst ja viel mehr ein Bastard sein als ich, weil du älter bist. Spinner. Knallschieße. Ja, überleg mal, Schätzlein. Kommt hier Raps raus? Nein. Wenn du Raps reingepacht hast, dann bist du da. Wenn du Raps reingepackt hast, kommt auch Raps wieder raus. Nein, eben nicht. Nicht aus meinem Stall. Was du reingesteckt hast, scheißt du auch wieder hinaus. Pass auf, Kelly. Information. Wenn du da Raps reingemacht hast, da kommt ja auch Raps wieder raus. Da gibt's kein Wenn oder Aber. Wenn aber du da kein Raps reingepackt hast, da kommt ja auch kein Raps raus. Doch, Raps kommt raus, aber nur aus einem Rohr. Aus einem bestimmten Rohr. Das verstehe ich jetzt gar nicht. So, ich brauche neun... Also, Leute, ich habe jetzt 200.000. Was mache ich mit dem Geld? Mehr habe ich ja im Prinzip. Mehr schenken. Ein Anhänger habe ich einen guten, zum Dürr habe ich auch. Kau dir eine neue Scheune, wolltest du auch... Ja, ich komme mit dem Unterstand von dem Geld, ne? Pass, der geht einfach auf K, richtig an dir. Ich finde, ich habe ein Video angeschaut. Was?! Richtig an dir nichts. Worüber hast du dir ein Video angeschaut? Mein Kumpel hat mir ein Video geschickt, wie es auf dem Dambolin ihre Tricks zeigen. Ja. Ich musste erst mal die Typen wieder da legen und... Raps wird hier nicht angenommen? Sich verarschen? So richtige, richtige heftige... Oder mehr Raps wird hier nicht angenommen. Ach, 100%. So wenig Raps, ne? Ach, ich habe ja einen großen Anhänger. So, warte, 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 was sagst du denn die Wasser... Luca? Ja? Ich habe vorhin erzählt, wie deine erste Begegnung in GTA mit einem Trecker war. Das wirklich? Ja. Du bist ein super. Daniel, ich bräuchte... Strohballen. Strohballen. Heuballen, meine ich. Wäre nett, wenn... Ja, ich bin heute leider bloß alleine, also das könnte etwas länger dauern. Nicht? Kann ich hier abkippen? Wahnsinn. Ja, ich bin aber überlegen... Oh, Leute, was kaufe ich von dem Geld? Weißt du, ich... Erst meckere ich? Doch, ich habe so wenig Geld, ich verdiene so wenig. Dann habe ich genug Geld und jetzt... Oh, was kaufe ich mir denn? Wie viel kostet denn die Biogasanlage? Soll ich mir was kaufen? Oh, da kann ich noch ein bisschen sparen. Ja, komm, Timo, machen wir weiter mit dem was bisher immer. Ne, ich brauche einen neuen Trecker, das habe ich ja schon gesagt. Also, ich glaube, so Biogasanlage oder so... Simo, sollte ich dir mal sagen, welchen du dir kaufst. Hä? Wie wäre es mit ne... Tja, mir auch einen neuen kaufen, bitte. Sag mal einen guten. Baby, 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 Baby. Ich will es aber mal scheiß kaufen, weil doch nicht. Simo, Zerofelsk 700A. Brauch bloß die Lage. Ja, du... Ja, du... Ja, du... Ja, du... Ja, ganz ehrlich, da will ich ja wohl einen ordentlichen Anteil davon haben, na. Ja, du kriegst... Du kriegst ein Euro mehr als Verkaufspreis, ne? Ja, was denn? Ne, der hätte man ja Minus blick behindert. Hä, ist der Fan-Favorit Kugut, Fitte? Kauf ihn dir nicht. 5, 12. Danke, Fitte. Danke, Fitte. Nicht? Und der Fan-936? Nein, den soll sich keiner holen, diesen Fan-Favorit. Weil er sich den holen will, wahrscheinlich, ne? Nein, der ist bei... Gleich wird er dann mit Ruppen. Jetzt, jetzt! Dimo und Nico können... Alle Leute, die in jeder Aufnahme dabei sind, können sich den holen, ansonsten macht er sich vom Acker. Nochmal, was? Ich hab nichts verstanden. Ja, die Plasing-Spec, da ist Plasing-Spec-Script drin. Und dieses Script macht, dass sich die Trecker halt in den Flugschaden geht sie runter, aber sonst halt schieben die sich. Rollen sie sich durch die Map. Dimo meinte, das sei ja nicht gestimmt. Sie rollen sich durch die Map? Hä? Ja, die rutschen. Achso. Ja, dann sag doch nicht rollen, ey. Jetzt hab ich grad an irgendwelche Saltos gedacht. Ey, das wäre lustig. Peter, wo ist dein Hof nochmal? Guck mal, in Sport, ne? Vorm Trampolin aus. Auf die Matte mach ich ne 1a Salto, was man in meinem Leben nicht sehr ergibt. Ich mach Bauchklatscher. Ja, kann ja jetzt jeder sagen, ne? Also, das war jetzt zwar noch kein Salto, aber ne Rollen in der Luft. Dann mach ich ne 1a Salto, ne? Und brechst mir fast das Genick, weißt du? Ich verstehe das auch nicht. Jungen, was macht ihr denn in der Schule? Ja, ich... Du sollst da lernen können. Wie heißt dieses, wo man immer so breitbeinig, breitbeinig rüberspringen muss, über Bock oder so, Bock? Da hab ich... Ich spring da nicht rüber. Ich weigere mich da immer vor. Ja. Ja, Peter hat Angst, dass seine dicken Klatscheier da... Klatscheier da... Klatscheier? Ja! Er sagt, ja! Oh Gott. Ihr kennt doch die... Peter, ein Absacker. Ihr kennt doch die... Dingstens, die... Boah, wie heißen die? Das Geile ist ja, es ist nicht schwer. Man muss sich nur erstmal überwinden, darüber zu springen und dann... Ja, aber... Boah, du sollst nicht Hexen... ...die haben das heute nochmal extremer gemacht. Äh, gestern. Extremablage 1. Macht ihr so Bodenturm mit Eierkneiferhosen und sowas? Nein. Fiete zieht sich immer einen Latexanzug an, so richtig hauteng. Boah, da hatten wir früher einen auf der Schule, das war in einer anderen Klasse. Und dann tanzte er immer zur Musik. Der hatte immer so einen Sportanzug an, aber so richtig eng. Fiete, wo ist dein Hof? Sondern mit einem Glas können drauf und so. Oder wo ist dein Wort? Luca, wolltest du mir nicht eigentlich helfen? Ja. Ich habe gesagt, ich mache meine Felder noch schnell fertig. Luca macht natale Unterstützung. Du kannst mir auch helfen, dann machen wir das immer bei mir noch schnell fertig. Und dann, ähm, es geht nichts über einen Trinkrucksack. Auch gerade auf dem Rücken oder was? Nein, er liegt nicht. Wir haben den noch nicht auf dem Schreibtisch am Rücken. Er liegt neben mir. so vorbeikommen ist einfach ein Stich ja und ich denke ich bin ach ich wollte was machen guck mal mein Aura-Tabelt habe ich schon gesehen was ist es denn das ist wo von Timo nein das ist das ist das alte heavy ist hier raus zu wünschen das ist von letzte Woche hey was denn wo du dich auf den Kopf gestellt hattest absacker ich denke nie wieder hast du das aus dem Video ne das ist ein Screenshot drin na klar wow das ist wie wenn einer über den Bahn sprengt Nico wir müssen unbedingt mal Nico wir müssen unbedingt mal unsere Videos beschreiben also so eine Kursbeschreibung was drin passiert ja da steht ja immer der Folgenname also ne die Zahl die Nummer und dann steht da Strich da soll eigentlich noch ein kleiner Text hin aber da steht nirgends noch ein Text ja dann schreib sind wir eigentlich behindert? Fragezeichen das kannst du eigentlich überall benutzen Hashtag Daniel raus aus dem Projekt wie lange geht die Folge noch? Hashtag Fiete rastet rund um die Ohren die Folge müsste jetzt eigentlich beizählen meinte Manni auch ja die ist um ja wie lange schon Farmer? seit 10 Minuten ja Leute das war's mit einer weiteren Folge vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein wenn's heißt Fiete rastet aus dann geht's dann geht's Untertitelung des ZDF, 2020